In den üblichen App-Stores gibt es den Bayern Cloud Messenger und ihr klickt auf, nach dem Installieren, ich habe schon ein Konto. Das MEBIS-Konto ist euer Bayern Cloud Messenger-Konto. Dann auf Anmelden und ihr habt den MEBIS-Account, das ist der Bayern Cloud-Account. Einfach reingehen, hier Benutzername, Passwort und wenn es so ein hässliches ist, ist es dann ein schönes neues Passwort. Das unbedingt irgendwo im Handy abspeichern. Also hier acht Zeichen, einen kleinen Großbuchstabe und eine Ziffer oder ein Sonderzeichen. Muss nicht alles drin sein. Dann auf Annehmen, Datenschutz ist super. Eine Besonderheit, das hat jetzt WhatsApp nicht, ist so ein, ihr braucht so einen sechsstelligen PIN. Wer sein Handy sauber mit Fingerabdruck sichert, kann hier eine sehr einfache PIN eingeben, die er ständig eingeben muss bei jedem Starten. Und wer das nicht macht, ein komplizierter. Für die Sicherung, für die Verschlüsselung, dass er auch keinen Geheimdienst mitlesen kann, braucht er einen Vier-Wort-Schlüssel. Also auf Aktivieren, dann Vier-Wort-Schlüssel. Und ihr bekommt hier vier Wörter, so Flügel, Hund, Katze, Maus. Und die unbedingt auch abspeichern am Handy für eine Neuanmeldung später. Ihr müsst das ja wissen, auch in drei Jahren noch. Überlegt euch mal, wo ihr irgendwas speichern könnt, dass es wieder da ist. Und dann habt ihr einen Messenger, der ähnlich funktioniert wie WhatsApp, Trema, Signal. Das kennt ihr alles. Ihr habt hier Räume und da habt ihr Einzelpersonen. Und das funktioniert sehr schön. Das Schöne ist, dass hier ist eben eine Schulgeschichte. Ihr habt Vorname, Nachname. Das heißt, ihr könnt Klassenchats ohne Lehrkräfte machen. Und wenn irgendjemand beleidigt, habt ihr Vorname, Nachname. Das heißt, Screenshot machen. Immer Screenshot machen. Dann könnt ihr in Ruhe überlegen, gehe ich zum Klassenlehrer oder frage ich ihn selber, was ich entschuldigen möchte. Aber das muss so ein Reflex werden in der heutigen Zeit. Und eben dann kann sich die Klassenleitung kümmern. Meistens ist ja nicht so schlimm. Dann kann man da irgendwie drüber reden. Das wird schon. Und das ist so das, was ich am coolsten finde. Man ist ein Raum, wo ihr sicher seid vor Beleidigungen. Und deswegen weg mit diesem Zeugs da. Und wir wechseln auf den Bein laut Messenger.